So, 27. August 2020. Hallo Samuel. So, die ersten 10 Anmeldungen sind übergeben. Aufgrund der schierenden Masse, wir haben ungefähr, ja, wir wissen es nicht genau, über 650 Anmeldungen dabei, können wir hier keine Anmeldung, also keine Eingangsbestätigung bekommen. Und wir nehmen die Anmeldung jetzt noch mal hier raus, zählen sie durch, damit wir dokumentieren können, wie viele wir übergeben haben, und dann werden die auch angenommen. Wunderbar, das heißt, ihr seid jetzt mit dem Prozess, wenn ihr schon den Schaffern habt, ist dann noch ein wenig zu sein. Genau. Also, im Hintergrund, Samuel, melden weiterhin Menschen Demos an, sowohl für Berlin als auch für ganz Deutschland. Wir haben ja über Klageparten ein Formular bereitgestellt, was die Leute da ausfüllen können, das ist rechtlich sicher. Und wir haben inzwischen, ich glaube, als wir abgefahren sind, waren es 3000 Anmeldungen. Schauen wir mal, wie viele es noch werden, also heute. Wir haben ja eine 48-Stunden-Frist, das heißt, heute um 15.30 Uhr fällt der Hammer, dann wissen wir, wie viele Versammlungen angemeldet sind. Und auch auf der Webseite? Ja. Genau. Und auch auf der Webseite? Genau. Und auch auf der Webseite? Klageparten.eu, da kann man die Formulare auch finden. Und was auch möglich ist, ist, dass die Leute ganz individuelle Anmeldungen machen, auch über die Versammlungsbehörde Berlin und praktisch eigene Themen sich ausdenken, eigene Themenschwerpunkte und eigene Orte sich auswählen, wo sie gerne veranstalten möchten. Man könnte zum Beispiel Antidiskriminierungsversammlungen anmelden, also zum Schutz des Artikel 3 im Grundgesetz oder Solidarität mit Weißrussland ist auch ein schönes Thema. Es müssen gar nicht unbedingt querdenken. Oder bitte wählt eure Themen so, dass sie ein breites Spektrum an Meinungen umfassen. Herzliche Einladung. Ja, das hat Friederike super schön gesagt. Das ist eure Demo, wenn wir sie anmelden. Ganz klar, es gibt viele schöne Orte in Berlin, wo wir sie anmelden können. Und natürlich ist auch klar, dass in der Straße des 17, wie soweit ich gehört habe, enorm Platz ist für wesentlich viele Demos. Ich weiß es nicht, wer da alles hingekommen möchte. Ja, und in den Nebenstraßen auch. Und in den Nebenstraßen, genau. Ja, Brandenburger Tor. Überall. Es gibt so viele schöne Orte in Berlin, wo man eine Demo machen kann. Und ganz wichtig, meldet wirklich das Thema an, das euch interessiert, wenn ihr für Solidarität mit Weißrussland seid, wenn ihr für Frieden seid, wenn ihr für... Gleichbehandlung, Antidiskriminierung. Gleichbehandlung. All Lives Matter ist auch ein schönes Thema. Genau. Ja, wenn ihr für... Genau. All diese Themen, die euch am Herzen liegen, meldet eine Demo für dieses Thema an. Ganz, ganz wichtig. In der Zwischenzeit, wenn jetzt alle sagen, ja Samuel, im Moment, heißt das jetzt, dass die große Demo abgesagt ist? Nein, das heißt es nicht. Nein, nein. Was wir gerade tun, ist, wir fahren einen Backup-Plan, dass wenn wir nicht... Wenn wir für den unvorhergesehenen oder unwahrscheinlichen Fall, dass wir mit der Klage gegen das Verbot scheitern, haben wir dementsprechend Demos angemeldet, auf die wir dann dementsprechend, für welche ihr euch auch entscheidet, dann dort in Berlin diese Demo annehmen könnt oder, sag ich mal, aufsuchen könnt. Das heißt, was wir hier tun, ist, wir bauen einen Backup auf, wir möchten eure Demonstration auch unterstützen, promoten. Ihr seht hier, wir sind dabei, diese Demos alle an euch rauszugeben, dass ihr sehen könnt, zu welchem Thema ihr euch am Samstag, sollte die große Demo nicht stattfinden, am liebsten und versammeln wollt. Die Friederike hat jetzt gerade, wie ihr schon seht, hier links und rechts, könnt ihr das sehen, die ganzen Stapel sind abgegeben, die ersten 10, ich bin mir sicher, wir sind mittlerweile bei der 11. oder vielleicht sogar 12. Anmeldung, die mittlerweile schon reingegeben wurde. 3000 Anmeldungen sind schon über Klageparten reingekommen und jetzt sind ja fast 11.000 Leute live, also alle die, die jetzt noch dazu gekommen sind, bitte bis heute 13 Uhr, würde ich sagen, zur Sicherheit. 13 Uhr, 13.30 maximal. Geht auf klageparten.eu, geht in den Telegram-Kanal von mir, geht in den Telegram-Kanal von den Klageparten rein, dort sind die Links, dort sind die Formulare, meldet eure Demo für den 29. an, das muss 48 Stunden vor Demo-Start geschehen sein, das bedeutet bis um 15.30 Uhr spätestens, aber wir brauchen ja auch noch ein bisschen Bearbeitungszeit, ein bisschen Logistik davor, deswegen guckt, dass ihr das bis um 13 Uhr schafft, wenn ihr gerade Mittagspause habt, wenn ihr gerade vielleicht zu Hause seid, wenn ihr unterwegs nach Berlin seid, egal was, holt das Handy raus, holt den Computer raus, macht den Laptop auf, erledigt das doch schnell, füllt das schnell aus, meldet eure Demo an. Und ganz wichtig, deutschlandweit. Jetzt müssen wir jetzt, fangen wir an hier mit der Logistik, wir brauchen euch mal. Was ist das, Friederike, was sind das für Stapel? Das sind Anmeldungen, wir haben ganz viele individuelle Anmeldungen bekommen, Menschen haben sich entschieden, dass sie gerne demonstrieren wollten, für vielfältige politische Zwecke, also Meinungsgrundgaben am Samstag, den 29. hier in Berlin. Es werden auch deutschlandweit viele, viele Demos angemeldet, das ist unser Backup-Plan. Wir gehen natürlich nach wie vor davon aus, dass das Verwaltungsgericht oder spätestens das Oberverwaltungsgericht das Demonstrationsverbot wieder aufheben und der Rechtsstaat gesichert ist. Davon gehen wir aus. Für den Fall, dass es im Grunde stehen bleibt, haben wir Backup-Veranstaltungen angemeldet. Und es sind ja sowieso in Berlin über 100 Veranstaltungen dieses Wochenende genehmigt. Das heißt, es finden sowieso Versammlungen statt und dementsprechend herzliche Einladung. Wir sind schon hier und Berlin ist immer eine Reise wert. Und wie viele Umsträge sind das jetzt? Das sind jetzt so die ersten 650 bis 700 Einzelpersonen, die sich gestern entschieden haben, Versammlungen anzumelden. Das heißt, wir müssen auch bitte darauf achten, dass man Anmeldungen für 48 Stunden kommen muss. Wenn ich bin, dass man das Wort stetig bekommen haben muss. Ich kann auf der Zugang vielleicht auch nicht weiter. Dann geht das noch über Versammlungen und dann zeigt ihr Rechtskredit. Da braucht ihr nicht auf der Anzahlverband warten. Die wird wohl eh nicht mehr kommen zwei Tage vorher. Im Gesetz steht neben dem Pflicht, man muss anmelden. Und wenn ihr das getan habt, dann ist das recht wichtig. Das ist noch ganz kleine Nebeninformation. Genau, weil ich glaube... Ich brauche noch mal drei von den Schildern, wenn man nicht vermittelt braucht. Danke. So, der erste, da kann er hin. Kann man den Markus gleich geben, oder? Ja, was, wenn man das jetzt vorhin? Der erste... Ich ziehe mich hier hin. Lass es doch noch mal gestritten. So. Vorsicht! Also lasst du jetzt die Kattestunde da vorne hinlegen? Live-Stream bitte an Michael Ballweg. Ja, einfach raus. Michael Ballweg direkt. Es kommt nicht mehr rein. Michael Ballweg braucht die Live-Stream. Ja, ich hab ihn. 100 Stück. Ich hab ihn. Gehst du da hin? Losterstraße 47. Daneben. Hier ist Windgeschütz. Ich bin da raus. Ich kriege ihn aber auch. 1,5 Meter Abstand, Leute. Ja, deswegen ist es seit Umzug, wenn jetzt einfach Leute kommen. Das sind Zehmer schon. Ja, ich glaub, das ist eigentlich so ganz. Ich weiß es nicht. Ja. Nee, ja, das ist schon klar.